ich denke, du kannst werfen ah, ich habe die Schlange nicht rausfliegen aber stirb jetzt nicht na, wir werden grün, ja ja, wir werden alle so oh, das war's, wir werden alle grün kristall, 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 das ist geil hab ich geholt, geil geil yo, wahrscheinlich noch ein Tomball getroffen, ne nice, alter ist jetzt Rainer, der gelät bin ich der Babu? yo jetzt rein, den Kieselsteiner bin ich der Babu so, was müssen wir jetzt machen? so mal gucken, was passiert, nachdem du einsetzt wir brauchen wir den nächsten mal gucken, ob sich jetzt irgendwas anderes geöffnet hat ich glaub, jetzt mit nem Schlüssel die Kiesel bleibt hier auch so lange, wie sie Bock hat, ne oh, ich hab was gesehen die Dinger von Call of the Dead was, Dinger von Call of the Dead auswerfen auswerfen jo, aber eins aus ach, draufs? naja, die Generatoren, die Halbkugeln ach, klar oh, oh oh, oh, oh oh, epische Mett, Alter, wach auf, man hör mir auf oh also, einen hab ich ausgeworfen, eine Halbkugel oh, wo sind die nächsten oh, wo sind die nächsten jo, ich war auch seinem Kopf drauf hab's noch eins gefunden? von aus, ich hab auch eins gefunden ich hab's noch nicht ausgemacht, ne, das da hab ich gesehen ja, was du anguckst 3, 4 ist das aus? ja, aus das warst du, das hab ich gesehen ok, dann gucken wir mal nach da hinten I think it's the last one ja, hier hinten eins zwei drei vier aus nice und, doch mehr als drei da hinten ist das letzte und ist das letzte? eins zwei drei vier aus jawohl das Teil, da oben zombieblut hab ihn auch ich bin auch im zombieblut blut ich hab das Lack auf einmal vor mir ok, das sind Zeichen ich muss nicht sein ich guck mal nach unten oh, die Stern ich setze mal den kristall ein Babygun-Best, Alter, auf der Ende Hab ich bei Runde den Speedcoder Hey, wo geht das denn? Da, vorne Ist noch was passiert, Jungs? Jetzt soll ich mal wieder schauen, ob irgendwas aktiviert wurde Ey, Jungs, kommt mal her Hier ist was, kommt mal her Wo? Um? Hier bei den Kabums, rum, rum, Dinger Ich muss mal in die Kiste gehen, Achtung, sieben noch, sieben noch, sieben noch Hier oben ist ein Gold, hier oben ist ein Stein, wie bei Dinger Okay, warte, warte, warte Bei Shang, 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 glaube ich, ne? Guckt euch das an, guckt euch das an Warte, Dinger, bitte, ich muss an die Kiste gehen Ich könnte jetzt, äh, Dinger, Babygun Ich könnte jetzt Babygun Ja, hab ich, hab ich Hab ich, hab ich Da drauf schießen Wartet, wartet, ihr wartet auf mich, ne, Jungs? Ich mach' ich, ich mach' ich kalt, ey Ich geh' mal hier auch noch ran Oh Was hab' ich? Wieder Peacekeeper Seht aus wie ein Penis, der aus uns Stein tragt Ey Jungs, das hat auch eine Zombie-Blut-Aussicht Ich komm' Ich hör's ihm voll nice aus, ne? So schlicht, aber irgendwie cool Wir brauchen nochmal Zombie-Blut, wette ich mit euch Ah ne, das ist Wieso leuchtet das hier in der Mitte? Leute Guck mal, hier leuchten fünf solche kleinen Dinger Ja Eins Das ist schon wieder Das ist schon wieder Das ist doch schon wieder Eins Drei 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 ja und ich bin mir ganz wichtig umdraubt das ist dann hat er vom Ort alles funktioniert ja auch zum Beispiel sehr gut bei der wie bei das geht das war so ein Blutungs und guter und spieler mal hier das ist ja wurscht wer hat die Welt Aber Gartro kommt die Runde, er guckt den Himmel an. Ach na aber, ist das nice. Geil ne? Oha! Diese Affen Geräusche, wenn die dann auch noch kommen würden. Ah, das war richtig krass. Oh ja. Das war wirklich episch, ja. Üblich. Werft mal auch ab und zu Tomahawk, das bringt's halt wirklich. Das hat so ne Reichweite, was ich denke. Ja, ja, ja. Kann man mehr als 4 Perks trinken? Ich hab nur 3 bis 4. Ich spar jetzt auch ne gewisse Anzahl von Geld. Ja, ich hab's ja auch grad schon überlegt. Dieses neue Perk da, 666 da? Ne, ne. 6666. Ne, ne. 11500 eigentlich. Ja. Achso. Ja, die werden wir auch noch brauchen, die Stäbe, alter. Wahrscheinlich. Alter, was ist denn das hier? Ach so. Hast du den Zombie gesehen? Ja, aber... Jetzt rennt's mal rein, den Dulli, ey. Vielleicht hab ich die Ältesten drin. Dann geh mal punchen, Leute. Ey, ich hab keine Zombies hier. Super. Was ist, wenn wir falsch denken? Und wir spielen gerade dann jedes Spiel runter. Aber was will man denn sonst machen? Also... Auf den Kristallschieß bringt nix. Ich geh mal eben gucken, ob das mit dem Schlüssel jetzt geht. Ich bin dort, gerade genau dort bin ich gerade. Ja, ich bin in den Städten. Ich bin in den Städten. Ich bin in der Wand so weit. Oh, der hab ich aufgedacht. Oh, der hab ich aufgedacht. Nr. Inderwand verbracht bei den Elektroschalter. Hattelag an. Tch, doch, was ich erinnern, in den Lauf. Ach, du bist auch das Moki. Ja, danke, ich kann das eigentlich hinkriegen. Hünderwürst. 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 Wo ist er? Ah! Er ist weg! Nein! Kann ich überhaupt einen blocken, diese Runde? Ja, das habe ich mich nämlich auch gerade gefordert. Ich glaube, wir denken irgendwie aufs Falsch. Geh mal zum Schluss mit Kevin. Könnte er jetzt auch irgendwas mit einem neuen Perk zu tun haben, das da oben steht? Könnte was mit diesem Feuer. Klar! Kauf dir mal das Feuer-Perk, Kevin. Deins! Was ist da unten? 445 Was ist dort vorne? Sicher? Kauf es dir mal. Ah, ich kann kurz glaube ich hier bleiben. 16 was? 16 Zombies? 16. 16. 16. 16. Eigenein halt. Wenn man noch 16 hat, bleibt ich nicht. Ich glaube 16 Zombies. Meinst du? Ja. Ja. Lick nicht an den Zombies. Geh mal auf Kevin, bitte. Und schieß das Ding mal an. Achso. Nehmt nur eine normale Waffe. Besser. Doch, kannst echt sein Zombies. Ging die Zahl auch runter ohne Zombies. Ging die Zahl auch runter ohne Zombies. Ich hab mich auch schon ne gelben Dinger reingestellt und alle 5 auf den Stein geschossen. Ob das was bringt, guck mal auch nicht. Guck nicht. Deswegen hab ich auf die Idee gekommen mit dem Zombies Blut. Das ist nur ne Idee. Jungs ihr müsst gleich ganz schnell in die Oberfläche bitte. Ich kann euch hier unten echt nicht helfen. Ja. Jungs. Ja. Das ist nur Jack-Off. Wie ich doch. Ja, aber wahrscheinlich kann er jetzt vielleicht ja nicht Jack-Off. Ja. Mach langsam. Einer nach dem anderen mit. Du erlöflich kommt zuerst. Ups. Nächst. Oh, fellas. Oh, voll soll denn direkt bei uns. Oh. Voll soll ich nicht hören. Bitte kommt da raus bitte Jungs. Einer. Sobald einer rausz. ich kann die Treppe nicht hoch ähm dann bleibe ich, ich bleibe einfach hier ich geh da doch nicht hin ich bin am Arsch, 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 nein! du bist aber schon hier oben bei mir, ne? ja fast, die Treppe runter äh Jungs, kann das sein, dass wir da Zombies durchlocken müssen? oh fuck ey durch diese Dinger 103, 40 Zombies wow, Avocadro bei mir, ach, fick dich, du Notte, Mann! oh ja, das ist schau ich nicht ja, du wirst jetzt wahrscheinlich auch noch sterben, durch den missgebunden Avocadro wohin, runter, hoch, hoch! ich bin hinter dir der ist eine richtige Missgeburt, wenn er dich angeschossen hat, Alter, das ist so komisch! na, ich bin bei dir warte nein! ja, wahrscheinlich bricht's ab, wa? ich krieg's nicht mehr, doch ich wollte das aber wissen, Alter, ich hab vielleicht keine Muni mehr, Jungs vielleicht doch, wenn er dich angeschossen hat, Dennis Lendl hä? lebst du denn noch, Jan? ich bin schon langsam so kein Jungs Yo! was war das? was war das denn? wahrscheinlich, ja, guck mir mal zu Smoky vorsichtig, bitte, bitte, bitte ja, nur die Scheidwaffe, ey, Mann! wie bin ich denn jetzt so gestorben? da war der Tommy da grad durchkam's Smoky, bitte sei vorsichtig jetzt gleich, ja? ich brauch dich jetzt, Digga ok? ja ja, wahrscheinlich, Alter! und dann oha! oha! ich glaub ich hab keinen Nerven mehr drauf, Jungs, Alter müssen wir irgendwann nen, nen, äh, wie nennt man das? reloaded machen, Alter wahnsinn wahnsinn, weil es ist jetzt schon richtig spät die Karte oha, wir spielen jetzt schon eine Stunde 47 es, äh, nimmt die Facecam schon auf jo, wahrscheinlich Spiel abgestürzt, jo so, das war die Map The Sworn mein Spiel ist grad wieder abgestürzt, kennen wir ja ähm, ich muss sagen, ganz ehrlich das ist mit Abstand die geilste Map, die ich jetzt seit langem gesehen habe bis auf, äh, Labor war noch ziemlich geil aber, ähm, hier ist es jetzt nicht so map-technisch übertrieben worden sondern, ähm, E-Stake mäßig und was es hier so alles gibt das ist wirklich sehr umfangreich richtig geile Map wie fandet ihr die Jungs? bisher, ganz cool richtig geil ja umfangreich gibt's ja alles, was man auf allen Maps bis jetzt gespielt hat Feuerzombie ja, das seh ich genauso das seh ich genauso richtig epische Map ähm, ja stehbar haben wir auch gesehen ja, ich leider nicht also, aber wie gesagt ihr könnt euch gerne die Map downloaden Link ist in der Beschreibung wenn ihr die nicht sowieso schon gezockt habt äh, wir waren jetzt ein bisschen, äh, hinterher äh, wir werden wahrscheinlich irgendwann nochmal ein, äh, Reloaded machen und dann werden wir es wahrscheinlich packen das, äh, soll es erstmal gewesen sein ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß viel Erfolg beim Zombies Killen und tschüss ja, bis zum nächsten Mal tschüss 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 t就